Mathe, Freunde! Willkommen zurück bei 4Cry 6 und heute die Trophäe Eifer des Gefechts. Dafür müssen wir einen Sondereinsatz abschließen. Ich bin jetzt hier in einem unserer Lager und hier haben wir so ein blaues Symbol mit einem Stern drin. Das ist jetzt Lola. Da können wir Sondereinsätze aussuchen oder halt auch zum Schwarzmarkt gehen. Jedenfalls müssen wir auch mit ihr quatschen, wenn wir hier Sondereinsätze. So, da können wir uns hier eine von diesen beiden Sondereinsätzen aussuchen. Da können wir hier zum Beispiel auch den Schwierigkeitsgrad ändern, einen Kumpel hinzufügen, was vielleicht empfehlenswert wäre, weil die Sondereinsätze sind schon nicht ganz ohne. Da gibt es natürlich den Eisespieler, habe ich auch so gemacht. Ist wie gesagt, hat es schon ziemlich in sich. Und wenn man das abgeschlossen hat, kann man zum Beispiel auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen für die, die es richtig schwierig möchten. Jedenfalls einfach zu der jungen Dame gehen, einen Sondereinsatz aussuchen, den erfolgreich abschließen und schon haben wir die Trophäe im Sack. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.